Medienwissenschaft, so wie wir es verstehen, an der Humboldt-Universität als akademisches Fach, als ein Fach an der Universität, nicht an einer Fachhochschule, nicht an einer berufspraktisch ausbildenden Schule, nicht an einer Kunsthochschule, nein, an einer Universität. Medienwissenschaft ist hier der Ort, um die epistemologischen Bedingungen und Konsequenzen von Medien als Kulturtechniken zu reflektieren. Das heißt, weniger massenmediale Prozesse zu untersuchen, sondern auf einer anderen grundlegenden Ebene die Bedingungen der Medien und dessen, was Medien selbst bedingen, im aktiven Sinne zu erforschen. Sprich, die ganz einfache, alltägliche Gebrauchsweise des Unterschieds von analog und digital in historischer und theoretischer Konsequenz zu ergründen. Denn ab wann reden wir sinnvollerweise von digitalen Prozessen? Beginnt das in dem Moment, wo etwa Sprache durch Schrift auf kleinste bedeutungslose Einheiten, Buchstaben des Alphabets nämlich heruntergebrochen werden kann, aus denen sich dann wieder bedeutungsvolle Einheiten zusammensetzen lassen? Da beginnt Digitalität. Digital ist aber dann noch nicht binär. Wenn wir digital sagen, meinen wir eigentlich die binär operierenden Medien, also den Computer, den Computer in der von Neumann Architektur, nicht in einer anderen Architektur. Was geht verloren in der digitalen Welt gegenüber dem Analogen? Steht das Analoge auf der Seite der Physik? Ist das Digitale überhaupt eine Frage der Materialität oder der symbolischen Kodierung? Also diese Fragen sind Fragen, die auf der kulturgebenden Ebene den Medienbegriff hinterfragen und nicht auf der Ebene der medialen Oberflächen von Rundfunk und Fernsehen etwa.